Unverändert. Unverändert. Also, wenn noch eine Feder im Haar ist, dann bleibt er und ist er immer, der große Winnetou. Ganz viele Kinder stehen da vorne und schauen den großen Winnetou an. Genießt man? Ja, die neue Generation. Ja, aber ich meine, Winnetou ist ja schon ein paar Jahre zurück. Zwei, drei, vier. Aber er ist immer da. Und große Fans sind da. Das ist jetzt heute, wir sind lauter weiße Luftballons. Das ist kein normaler Tag, oder? Ich frage jetzt mal die Frau, was feiert ihr denn? Ja, meine Nichte gab sie, Duc, heiratet oder hat heute geheiratet. Und deswegen sind wir extra aus Paris reingeflogen nach München zum Oktoberfest, obwohl mein Mann gar nicht so ein großer Fan ist. Aber hier ist es besonders schön in diesem Jahr aus diesem Grund. Sieht auch sehr schnuckelig aus hier, so mit Luftballons. Die ganze Familie mit dabei? Ja, die ganze Familie. Und Sie wissen, meine Frau ist ein Triple, ne? Drilling. Ja, ja, ich sehe schon, lauter hübsche Frauen. Das geht ihm gut. Das heißt, das ist ein Vorteil, oder? Man kann, wenn mal die eigene Frau keine Zeit hat, kann man die Zwilling-Schwester oder die Drilling-Schwester ausleihen? Nein, nein. Es ist genug mit einer. Aber welche Schwester, gibt es da eine Lieblings-Schwester oder Lieblings-, wie sagt man, eine Schwägerin? Das sind alle lieb von mir. Doch, die eine zwingt, die ist doch lieber, oder? Ein bisschen mehr? Nein, nein. Und die andere schaut weg. Da ist die dritte. Nein, nein, nein. Die sind alle, die ganze Familie. Auch die Männer sind nicht mit mir. Jetzt wissen wir schon. Also ich habe das Geheimrezept von Winnetou erfahren. Ein echter Indianer hat drei Frauen. Ja, ja, aber heute ist es nicht so. Nein, nein, nein. Der hat sich schon fest im Griff. Alles bestens. Schöne Familie. Oh, jetzt gibt's was ist das hier? Was ist das Glücksbringer? Kätzchen oder was ist das hier? Herzchen. Herzchen fliegen hier am Tisch. Also gut, bevor jetzt hier die ganzen Frauen über den Tisch fliegen, sage ich vielen herzlichen Dank. Wünsche dir ein schönes Oktoberfest. Er ist ja richtig schön gekleidet. Jetzt ist es ja Hochzeitskleidung, oder? Ja, natürlich, klar. Wir müssen auch noch weg. Wir müssen fliegen heute mal wieder zurück nach Paris. Dann haben wir Glück, dass wir Winnetou getroffen haben. Ja, ja. Heute müssen wir fliegen. Soll ich ein dreifaches Haui Haui, oder? Ja, ja. Haui Haui, genau. Dankeschön. Schönen Tag noch.